Grüßt euch liebe FCA-Fans zum heutigen wirklich ersten Heimsieg unseres FCA in dieser Saison. Es hat ja jetzt ein bisschen länger gedauert, aber das mal schaffen wir es. Unser heutiger Gegner hat ja als Maskottchen das süße kleine Fohlen da, aber das wird die Glattbacher heute nichts nutzen. So ein Fohlen kann nämlich bloß ganz kleine Sprünge machen und dafür ist unser FCA heute ein zu großes Hindernis. Nachdem wir bisher zwar immer recht schön gespielt haben, habe ich unsere Spieler jetzt auch noch verraten, dass sie auch Tore schießen müssen und nachdem sie das jetzt wissen, werden wir dem süßen Fohlen seinen aller Wertesten versohlen. Unser FCA gewinnt heute mit 2 zu 0. Alle hopp und zack. Fürzeich, servus!